Und die Landschaft der Elfen mit einem Ausweis, also Timo Dürmel, der Berliner, lassen Sie uns hier. Und er setzt das Freude wieder hinterher. Zwei Runden und starten für den Timo Dürmel, der ist nach Röckhoff. Die braucht sich natürlich, die sagt, dass man ein bisschen besser ist, sondern der ist so, sagen wir mal, verfügbar auf sich. Sechs Mannschaften in der Nullrugge, sechs Mannschaften in der Nullrugge. Mannschaften Nr. 11, wenn die Hunde im Alterne abgehen, das gefällt ihm nicht. Der Herr Tübel und Mokov. Alas Teko ist nach wie vor hoch, wieder mit einem bestechend verhagenden Andreas Müller. Und ein lieblos letzter Partner. Mark Hester an der Spitze. Der ist gestimmt.